Wie auch Sie den Spaß am Autofahren zurückbekommen, durch den Autofuchs, mal ehrlich, macht Ihnen das Autofahren wirklich noch Spaß? Spätestens beim nächsten Besuch an der Tankstelle vergeht Ihnen doch das Lachen. Und wenn Sie an den Ärger mit den Autoverkäufern, Werkstätten und Verkehrspolizisten denken, dann ist endgültig Schluss mit lustig, oder? Aber das muss gar nicht sein. Lassen Sie sich von meinem Ratgeber erklären, wie Sie problemlos die Freude am Fahren zurückbekommen. Ich selbst habe in meinem langen Geschäftsleben etliche 100.000 Kilometer pro Jahr gefressen. Ich zeige Ihnen aus eigener Erfahrung, wie Sie rund ums Auto jede Menge sparen, nämlich Kosten für Treibstoff, Reparaturen, Wartung, Anschaffung und Verkehrsgerichtsprozesse. Es gibt viele Bereiche, in denen Sie die Ausgabenbremse durchtreten können. Geben Sie nicht Ihre gesamten finanziellen Mittel für Ihr Auto aus. Werden Sie zum Spar- und Fahrfuchs und sparen Sie an den Ausgaben, nicht am Fahrspaß. Der Autofuchs hilft Ihnen, Ihre Autofahrerprobleme in den Griff zu bekommen.